Frau Gabler, sagten Sie nicht, Sie wollten Ihren Führerschein zurück? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allerseits. Mein Name ist Lutz Tase und ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Schulung hier am Montagmorgen im Büro. Wie ja schon bereits angedeutet, haben wir letzte Woche eine hervorragende Bilanz ziehen können. Über 500 verkaufte Staubsauger. Schacker! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.